Oh, aber da muss aber einer mal die Linse putzen, ey. Ach du Scheiße, was geht mit ihm? Das Guerilla. Was machen wir eigentlich hier? Das müsstest du mich jetzt eigentlich fragen. Ach so, ach ja, ich bin... Ey, ich hab... Was machen wir hier? Was machen wir hier? Wir litzen jetzt die... Wir drehen jetzt die letzte Szene vom... Was? Wie heißt der Sketch nochmal? Telefonszene, take two. Danke. Wir kürzen dein Gehalt. Welches? Jaja. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ja, also wir sind ein Frankreich. Und wenn sie eigentlich... Das sind die Nahen. Ja, genau. Guck mal hier, der Katz. Ja. Es darf halt noch nicht weniger werden. Also ich spür den Wind schon auf der Hand so, dass... Das ist schon das Glück. Der Juwelier. Genau so rum. Ist gut, aber ich bin müde auch. Ich bin... Du bist gar nicht.